Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt neben meinem Raum, Keiter, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sind Sie? Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zug gebracht haben, nur um zu laden, wie man Messer Glambe hält! Jahre lang, dass wir die Firma der Aktionen nur behigert! Es hat mich jeden Tag nur erschüttert! Widerstatt! Ich habe weggelegt! Ich hatte gut herangetan! Von da haben alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin!